Was ist Bildqualität und was haben Auflösung, Sensorgröße und Bildprozessor damit zu tun? Bildqualität ist ein sehr komplexes Thema, das von vielen Faktoren beeinflusst wird. Das Wichtigste ist es jedoch zu wissen, dass eine hohe Sensorauflösung nicht gleichbedeutend mit einer hohen Bildqualität ist. Das Tolle ist aber, dass es für diese Aussage auch einen Zahlenwert gibt. Dieser nennt sich Pixel Pitch. Der Pixel Pitch beschreibt den Abstand der lichtempfindlichen quadratischen Pixel auf dem Bildsensor zueinander. Je kleiner der Pixel Pitch, desto enger liegen die einzelnen Pixel beieinander. Das bedeutet auch, dass die einzelnen Pixel kleiner sind und somit mehr Licht benötigen. Das führt dazu, dass der Bildprozessor stärker eingreifen muss, um nachzuhelfen. Das reduziert dann die aufgenommenen Details und verstärkt das Bildrauschen. Nicht vergessen darfst du die Objektive, denn der beste Sensor nützt dir nichts, wenn das verwendete Objektiv nur durchschnittlich ist. Gerade bei den kompakten Kameras mit kleinem Sensor und hoher Auflösung muss die Ausrichtung des Sensors in der Kamera und die Objektivjustierung sehr präzise sein. Um diese Präzision zu erreichen, muss der Hersteller beim Zusammenbau der Kamera mit sehr geringen Toleranzbereichen arbeiten. Und genau das führt zu deutlich höheren Kosten. Nun könnte man meinen, dass bei Wechselobjektivkameras alles besser ist. Doch auch hier musst du dir Augen offen halten. Leider beinhalten die günstigen Kamerasets Objektive, die mit Vorsicht zu genießen sind. Besser ist es, wenn du in ein besseres einzelnes Objektiv investierst. Besser ist es, wenn du in ein besseres einzelnes Objektivismus bist.